hey you guys und willkommen zu grand theft auto white city mein name ist der rockstar und das ist tommy rossetti in der letzten folge haben wir ein paar speedboote gefahren sind durch white city gefahren ja ich weiß super abwechslung mit der woche hey was geht ab egal wir begeben uns auf dem zielmarker d und nein wir machen die kubaner nicht heute warum alles scheiß arschlöcher sind falls ihr euch fragt hey rockstar in der letzten folge hattest du weniger kohle was hast du gemacht hast du etwa gecheatet nein ich durfte für euch erstmal alles neu erspielen weil lasst mich mal raten steam gesagt hat mit windows 10 verträgt es sich nicht so gut und die ganze safe games sind im arsch gewesen geil und ja ich habe erstmal so weit gespielt und gespielt gespielt und bin dann zum entschluss gekommen da machst du noch paar taxi missionen was noch ein bisschen das macht noch dies und er durch mich gesehen hatte hatte ich ein bisschen kohle ja das war jetzt alles ich war mir jetzt nicht 100 punkte 100 prozent sicher wie weit wir hier bei unserem kollegen hier waren deswegen habe ich nicht weiter bezockt aber es sieht schon mal gut aus pizza mortala und mortale idioter schlugge ich habe uns ein paar cannons in der truppe holy shit woher du gett all this stuff ich bin savin' für ein rainy day haha du magst? ja ich magst ich magst schlugge 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 o toto am微 das könnte was werden und los geht erledigen jямиIE fyd was geht das weiß nicht zu können jvidemment ich hätte schon mal auch immer eine festgenachigkeit sind calories warum schiffst du nicht mein freund my friends so das gefällt mir die tür ist verschlossen versuche es auf einem anderen weg welchen weg meinen die denn hierdurch können wir nicht vielleicht von hinten okay nicht falsch verstehen leute machen alle in diesem michael jackson ist das ich weiß ich mache hier gerade spannende 80er jahre white city musik nach mit meinem mund jetzt mal schützt er muss aber glück haben weiter unten ok hast du es er hat es er hat es die es kommen her lernst du darfst nicht sterben die es mein freund wer danke dass du gestorben ist weiter oben 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 das ding hat eine reichweite zeige ich euch so da ist auch der gute die auch man lernt hinterher hinter diesem dreckskerl her auch warum das verstehe ich jetzt nicht darf doch nicht was er nicht hat neu kannst du nicht nur laden geil ich verstehe das nur nicht wieso ist er nicht gestorben naja es lief doch so gut und dann kam der dies aber egal wir lassen uns nicht entmutigen wir werden ihn weiter fertig machen bis zu den tod bis in den tod schnottflinte hiervon nehmen wir gleich 1000 schuss mit 1300 das reicht um ihn vorher hinterm und dann unterm hintern zu machen so rum hier 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 ja komm das kennen wir doch schon alles hier ja ja holy shit wir wissen so alle hier 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 jetzt hier 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 so die sind auch bei der tod sehr schön das gefällt mir gefällt mir gut jetzt hat er es nicht angenommen warum nicht jetzt hat das angenommen er von einem anderen weg die ich bin der tommy das ist ja so falsch an playground playground ja ich weiß da lang ok stürm doch nicht voran ok wenn ich da ein bisschen schieße machen alle den michael jackson warum bekomme ich drei sterne das ist doch unnötig leute leute das ist unnötig lernst du nicht so voller eifer hallo ich bin der boss du bist mein handlanger haben wir uns verstanden boss handlanger so so wird das gemacht hier ja ein weiter ein weiter die was machen wir hier oben hallo ist wieder zurück lenz wir müssen zurück da hat er schon die nächste kugel bekommen in dein gesicht mein freund ich bin traiter ich weiß alles gut der traiter verarscht den traiter tiki schluck kugeln endlich endlich ist er down der hund jetzt nicht mehr objekt erworben soo wow 50.000 nice soo ok soo ja mal schon mal schon deswegen sage ich aber auch an der nationalen stelle seo guys und schalt gerne wieder ein bei grand theft auto wise city leute wollt ihr kein video mehr verpassen lasst ein abo da und wenn euch das video gefallen hat teilen däumchen drunter und für alles andere sind die kommentare below ja 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 ja